Meine Herrschaften, bringt die Gefangenen nach Azkaban. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass Ihr sporadischer Schulleiter Harry Potraucher nicht länger seines Amtes walten wird. Stattdessen wird sich das Ministerium um die Verwaltung von Hogwarts kümmern und ich, Dolores Umbridge, werde fürs Erste die Leitung übernehmen. Was ist denn mit Potraucher? Ist der auf Drogenentzug? Er schuldet mir noch einen Spliff! Hey, haltet die Klappe, ihr Rotzlöffel! Ihr redet nur, wenn ihr aufgefordert werdet, klar? Schon gut, Sirius, Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Wie du meinst, Dolores. Harry Potraucher wurde wegen Verbrechen an der Menschlichkeit zu einer lebenslangen Haftstrafe in Azkaban verurteilt. Professor Umbridge, was machen wir mit denen? Die haben Potraucher geholfen. So, so, die Weasley-Zwillinge. Was geht, Oma? Alles mit im Korsett? Stecken Sie sie in ein dunkles Loch, wo sie verfaulen können. Jawohl, Professor. Bewegung im Maden! Wir haben letztens auch was in ein dunkles Loch gesteckt. Ja, und Genie hat sich nicht beschwert. Ahahahahaha! Lassen Sie sich gesagt sein, dass jeder, der Harry Potraucher an irgendeiner Art und Weise unterstützt, streng bestraft wird. Habt ihr das gehört, ihr Pissnelken? Ab heute weht hier ein anderer Wind. Oh Mann, schaut ihr das an? Das Ministerium macht wirklich ernst. Die streichen alles rosa. Oh, das ist aber schlimm. Die Schweine haben Harry nach Azkaban gebracht. Das kann man denen kaum verübeln. Was soll das heißen? Wir müssen ihn da rausholen. Ihn da rausholen? Er hat mich in einen Käfig gesperrt und mit vollgekackten Windeln beschmissen. Immer noch besser, als die Schule rosa anzustreichen. Weißt du, wenn ich's mir so recht überlege, ist diese Ambridge vielleicht gar nicht so verkehrt. Jetzt halt die Klappe und hilf mir. Warum sollte ich? Ich hab gesehen, wie du dich in eine Katze verwandelt hast, um dich von dem räudigen Hausmeister befummeln zu lassen. Das, äh, woher willst du das wissen? Das ist doch ne Lüge. Ich hab das alles auf Video und kann's jederzeit posten. Oh ja, Felskraul mich. Das macht mich so geil. Ist ja gut, ist ja gut. Dann helf ich dir halt. Meine Güte. Hä? Was ist das? Da belauscht uns jemand. Hallo. Miss Granger? Was zum Teufel machen Sie denn hier? Ich will helfen, Harry zu befreien. Da können wir uns ja genauso gut von einem Sack Kartoffeln helfen lassen. Tom, sag ihr, dass sie abhauen soll. Tom? Sie ist so... Wunderschön. Musik 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 Sprecher Musik 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 Sie ist die Liebe meines Lebens. Bei der Vorstellung bekommt man ja Herpes. Also schön, machen wir uns auf den Weg nach Azkaban, bevor die Sache hier noch völlig aus dem Ruder läuft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.